Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragons Dogma 2. Heute geht es um seltene und sehr starke Rüstungen. Rüstungen, die man nur in der gottlosen Welt bekommt. In der gottlosen Welt, für die Leute, die es nicht wissen, dort kommt man hin, ganz am Ende des Spiels, wenn man auf den Drachen fliegt und dann die Götterbanklinge hochhebt und auch nutzt und sie selber opfert, dann fällt man runter ins Wasser und landet hier in der gottlosen Welt. In der gottlosen Welt selber muss man dann verschiedene Aufgaben abschließen, wie zum Beispiel hier diese Strahlen machen. Darum geht es aber nicht. In dieser gottlosen Welt gibt es neue Standorte von Gegnern und auch neue Truhen, die man bekommen kann, weil alle sehen, alles Wasser verschwunden ist und da, wo vorher Wasser war und wo man nicht reinkam, kann man jetzt hin und looten und Gegner besiegen und halt sehr, sehr starke Rüstungen bekommen. Wenn man die verschiedenen Völker, Wernwo, die Elben, Batal und so weiter rettet, dann kommen hier auch verschiedene Händler hin, von denen man auch die ein oder andere Rüstung kaufen kann, aber halt auch nicht alles. Also wir haben hier ganz viele Rüstungen und die sind auch relativ teuer und an den Standorten, wo ich euch gleich ein paar zeige, kann man dann die ein oder andere Rüstung finden und vor allen Dingen auch seltene Rüstungen, die es nur dort gibt. Als Beispiel hätten wir da die Kapuze der Dunkelheit. Die habe ich bisher nur an dem einen Punkt gefunden und zwar im namenlosen Dorf. Ganz rechts, dort gibt es normalerweise noch ein kleines bisschen Wasser, das ist dann weg und dann ist hier eine Truhe, wo ihr die bekommen könnt. Ich werde euch einmal die Karte einblenden, wo die allermeisten Standpunkte eingezeichnet sind. Ich kann nicht dafür, also ich kann nicht versprechen, dass das alle Standpunkte sind. Kann gut möglich sein, dass ich den einen oder anderen vergessen habe. Dafür am besten bei Map Genie oder Fextra Live einfach selber mal schauen. Ich habe euch die Links unten mit reingepackt. Da könnt ihr euch alle Standorte selber einmal anschauen und die, die ich heute abgeklappert habe im Stream, würde ich euch hier einfach mal mit einblenden. Aha, da ist er doch. Ja, das ist nur so ein Beulen, Drache. Der ist tatsächlich nicht so schwer. Daumen dir, 12k. Nein, der fällt runter. Da, Robe des Hexemeisters. Let's go, Erste. Da ist sie, oh mein Gott. Völlig krumm platziert, aber da ist sie. Raubtierschlund, geil. Junge, Junge, das war schwieriger, als es eigentlich sein sollte. Hier ist eine, okay, das ist neu. Hier ist eine Höhle, oder so. Und die Höhle hier findest du ja nur, wenn du in der, in der Götterwelt genau hier dich umschaust. Das find ich so geil, wenn, oh, kann man hier unten Malstroh machen? Das find ich so geil, wenn, ähm, Content im Game ist, was man nur ganz, ganz selten, nur die wenigsten Spieler überhaupt finden werden. Das liebe ich. Das liebe ich. Schreckensslotknochen, sehr gut. Und da ist die Kiste. Neu Malstrom, äh, gleich wieder speichern. Sabatons des, des Eroberers. Plündern ist so nice bei dir. Gratis, gut, sondern willkommen. Yo, ähm, was ein bisschen zu kurz auch kommt ist, da ist er. Äh, du kannst auch irgendwelche Passanten, NPCs plündern. Äh, für alle, die das noch nicht gemacht haben, versucht mal in Vernvoth dem Typen zu plündern, wo ihr rasten könnt im Hotel. So, kleiner Tipp nebenbei. Ich hatte überlegt, dazu ein Video zu machen, aber ist eigentlich relativ unspektakulär. Also, es ist schon cool, so als, als Gimmick, aber es bringt dich im Spiel nicht weiter. Schön, da unten ist auch direkt die Chest. Chesty Chest, oder auch uns noch mehr Makabrium. Kapuze der Dunkelheit. Gibt's hier, im, im, hier gibt's noch zwei Stück. Seh ich. Aber ich weiß, man kann sich auch alles selber auf der, ähm, Online-Map angucken. Hier ist noch eine, die könnte ich sogar schon haben. Hier sind noch zwei. Die sind spannend. Hier. Oh, was ist hier? Ruhestätte, das tut, das tut nichts gut. Nebelige Sümpfe. Stimmt! Hier drin. Ich erinnere mich. Hier, das ist gut. Oh, da will ich eigentlich mal hin. Nebelige Sümpfe, klar, macht ja Sinn. Im Nebel war ja auch ein Ding, wo Wasser war. Ich muss sagen, ich find's richtig cool, dass hier in der gottlosen Welt dann das Wasser verschwindet und man damit, ähm, viele neue Wege und Gegner und, äh, Items freischalten kann. Vor allem dieses eine Item, was da in der Höhle ist. Man muss sich überlegen, man muss genau an der Stelle sein, in der gottlosen Welt, wo man ja nur sieben, acht Tage Zeit hat und wenn man da nicht hinkommt, dann sieht man diesen Bereich niemals und genau sowas finde ich in Spielen richtig, richtig cool, wenn es solche Secrets gibt, die wahrscheinlich 99% der Spieler niemals sehen werden und, ja, das finde ich sehr, sehr cool. Schreibt mir gerne eure Meldungen unten in den Kommentaren. Dragon's Dogma ist schon ein sehr, sehr cooles Game. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.